Die Landeszentrale für politische Bildung verschenkt anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens am 1. Juli Bücher zu Politik und Geschichte. Zum Auftakt erhielten die Museen aus Anlass des Museumstages am 16. Mai eine Büchersendung. Später folgen die öffentlichen Bibliotheken. Insgesamt versendet die Landeszentrale für politische Bildung 280 Buchpakete. Enthalten sind vor allem Buchtitel zu Politik und Geschichte Sachsen-Anhalts. Die Publikationsstelle in der Landeszentrale führt bis zu 180 Buchtitel und zahlreiche Zeitschriften zur politischen und historisch-politischen Bildung. Die Bücher stehen für Bürger im Land bereit. Interessierte können auch online durch das Angebot der Literaturstelle stöbern unter der eingeblendeten Webadresse. So gibt es Publikationen zu unterschiedlichen Sachthemen, unter anderem Politische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland, deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert, Extremismus oder Europa, internationale Politik sowie landesspezifische Themen.